Mein Name ist Ahmed Karamann. Ich betreibe mehrere Spa-Bereiche von Bädern und zu anderem hier in Stein, in Palm Beach. Unser Konzept beruht darauf, dass wir eigene Massagen haben, die Relax-to-Balance und die Strong-to-Balance, die haben wir selber kreiert. Und das sind auch die Bestseller in jedem Haus. Also auch dann Massagen, die man in der Regel kennt, so wie Ayurveda-Massagen, Hawaiianische Massagen, wir haben Laston-Massagen, wir haben Hamam-Anwendung, Rasul-Massage. Dann haben wir auch noch eine eigene Massage, die es auch nur bei uns gibt. Wenn man regelmäßig zur Massage geht, kriegt man die Verspannung und die Blockaden im Körper natürlich leider gelöst. Es gibt im Körper immer wieder Muskelverkürzungen und Muskelverspannungen, die man halt durch eine einzige Massage dann nicht lösen kann. Dafür muss man regelmäßig zur Massage gehen und halt an den Problemen zu arbeiten. Also ein guter Masseur macht insofern aus, dass er sich in das Wohlbefinden des Kunden hineinversetzen kann. Also dafür muss der Kunde eigentlich nicht viel sagen, wo er seine Bewegungen hat. Das muss ein guter Masseur in der Regel auch spüren. Die größten Erfolge sind eigentlich bei uns nach der Massage. Wenn die Kunden glücklich oder lächelnd rausgehen und sagen, ja super, jetzt film ich gut, genieße jetzt auch du deine erste Massage bei uns. Wir freuen uns auf dich.